Wie können wir Heizkomfort genießen und gleichzeitig das Klima schützen? Durch die Integration regenerativer Energien und die Steigerung der Energieeffizienz. Mit erneuerbaren Energien und effizienter Technologie tragen wir erheblich zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes von Haushalten bei und damit zur Erreichung der Klimaziele. Zum Beispiel mit einem zukunftsfähigen erweiterbaren Hybridsystem wie dem Wärmepumpen-Hybridsystem mit Gasbrennwertkessel Logano Plus KBH 192i. Die Kombination aus Wärmepumpe und Gasbrennwertkessel sorgt für höchsten Wärmekomfort durch schnelleres Aufheizen und höhere Vorlauftemperaturen. Solide und sicher, mit zehn Jahren Garantie auf den Wärmetauscher. Eine Wärmepumpen-Außeneinheit kann durch die besondere Hydraulikgruppe HYC25 und den Hybridmanager HM200 problemlos eingebunden werden. Die Anpassung des Systems an die Anlagenverhältnisse geschieht dank verschiedener Riegelstrategien wie beispielsweise CO2 und Kostenoptimierung. Das Hybridsystem ist jederzeit erweiterbar. Die Einbindung von Photovoltaik steigert die Eigenstromnutzung und reduziert den CO2-Ausstoß. Das System eignet sich so perfekt für die Modernisierung. Es erreicht eine Energieeffizienz von A++ und stößt 54% weniger CO2 aus als herkömmliche Heizsysteme. Klimaschutz, der sich doppelt auszahlt. Durch wenige Energiekosten plus hohe staatliche Förderung im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung. Jetzt Heizkomfort genießen, Klima schützen und Förderungen nutzen. BUDERUS – Heizsysteme mit Zukunft